In unserer Einführung über Klassen, Objekte und Initialisierung haben wir bereits schon mal das Wort Vererbung gehört und Categories. Bei der Vererbung handelt es sich um eine Möglichkeit, eine Klasse zu schreiben und Methoden einer bereits bestehenden Klasse zu erben. Natürlich gilt das auch für Properties und das Ganze können wir im Objective-C machen, indem wir den Klassennamen schreiben, einen Doppelpunkt setzen und dann den Klassennamen dazu schreiben, von dem wir alle Eigenschaften und Methoden erben möchten. Wir werden uns das Ganze jetzt anhand eines praktischen Codebeispiels ansehen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was Vererbung ist. Ich habe dazu ein Projekt angelegt in meinem X-Code, welches ich Vererbung und Categories genannt habe. Und das Erste, was ich tun werde, ist, eine neue Klasse zu erstellen. Ich werde diese Klasse Animal nennen und speichere die einfach hier bei uns in dem Projekt mit ab. Ich werde jetzt in der Header-Datei und diese können Sie unterscheiden, indem Sie gucken, wo Interface steht. Interface ist dann immer die Klassenbeschreibung, Implementation ist dann die eigentliche Implementierung dieser Methoden. Und ich werde hier einfach mal eine Methode schreiben, die heißt Shout. Diese Shout-Methode kennen wir bereits aus einer vorhergehenden Lektion. Und wenn das Animal jetzt Shoutet, dann geben wir auf der Konsole aus Wuff. Ich werde hier das Ganze auch mal zu einer Gruppe zusammenfassen und nenne das Tiere. Und wenn wir zum Beispiel eine neue Klasse haben wollen, um eine Katze zu beschreiben, da kann ich jetzt einfach eine neue Klasse erstellen. Ich gebe ihr den Namen Cat. Und bei SubclassOf trage ich jetzt die Elternklasse ein, von der ich erben möchte. Das wäre jetzt zum Beispiel Animal. Nun erbe ich automatisch alle von Animal definierten Funktionen bzw. Methoden und Properties. Das heißt, wenn wir jetzt auch hier ein Property einfügen würden, was zum Beispiel dann das Alter der Katze wäre, bzw. nehmen wir auch gerne den Namen, dann sagen wir hier NSString den Name, dann könnte ich jetzt, wenn ich jetzt ein Objekt von SPCAD erstelle, das auch nutzen. Das werde ich jetzt auch tun in unserem SPFU-Controller. Hier werde ich jetzt die Klasse Katze importieren, SPCAD.h. Und in meiner Fueded Load werde ich jetzt hier ein Objekt erzeugen. In diesem Augenblick bekomme ich jetzt eine Instanz von Katze und sage hier cat.name gleich, nennen wir sie Mimi. Wie Sie sehen können, können wir hier das Property Name definieren, obwohl dieses gar nicht in der Header-Datei vorgesehen ist. Das liegt ganz einfach daran, weil wir von SPAnimal alles geerbt haben. Wir können auch bei der Katze jetzt die Shout-Methode aufrufen, CatShout, was natürlich recht unpassend ist, weil unsere Katze macht mit Sicherheit nicht Wuff. Und wir sehen auf der Konsole Wuff. Was können wir dagegen tun? Wir können jetzt in unserer Katzenklasse die Methode überschreiben. Das heißt, in unserer Implementierung, und zwar nur in der Implementierung, schreibe ich jetzt einfach nochmal die gleiche Implementierung nach. Also, wir haben keinen Rückgabewert. Die Methode heißt schaut. Und jetzt schreibe ich einfach rein NSLog Miau. Was ich dadurch tue, ist, von der Vaterklasse die Methode zu überschreiben. Das heißt, sie wird jetzt nicht nur ausgeführt, sondern sie wird ersetzt durch meinen Code. Was ich auch tun kann, wir können zum Beispiel eine neue Methode hier definieren, die heißt GetFood. Und diese Methode implementieren wir auch gleich. Und ich sage hier bei GetFood NSLog Katze holt Essen. Der gewaltige Vorteil davon ist, dass diese Methode jetzt trotz Vererbung nicht an die Vaterklasse übergeben wird. Das heißt, GetFood ist auf keinem Objekt ausführbar, was vom Typ SPAnimal ist, sondern nur, was eine Katze ist. Ich kann jetzt auch hingehen und zum Beispiel eine neue Klasse schreiben, die jetzt zum Beispiel rassenspezifisch wäre. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Perser-Katze beschreiben will, dann könnte ich jetzt wieder eine neue Klasse erstellen und nenne die zum Beispiel SPPerserKat. Und diese Katze erbt dann zum Beispiel von SPCat. Das heißt, alle Methoden werden dann von hier übernommen, die halt sichtbar sind in der Header-Datei, und natürlich die von Animal. Was ist jetzt aber zum Beispiel, wenn ich die Methode überschreiben will, aber ich möchte dass auch der Code aus der Vater-Klasse aufgerufen wird. Für den Begriff haben wir schon mal gehört, das ist super. Mit super greife ich immer auf die nächsthöhere Klasse zu, die über mir steht. In unserem Fall ist das dann SPAnimal. Und hier kann ich jetzt sagen, super schaut. Und in diesem Moment wird jetzt von der Vater-Klasse dann das Wurf aufgerufen und im Anschluss kommt mein Miau. zu beachten an dieser Stelle ist aber, dass wir wirklich nur Methoden übernehmen können und Properties, die in der Header-Datei sichtbar sind. Wir haben ja bereits gelernt, dass wir hier eine Interface-Extension schreiben können. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel ein neues Property einfügen, was auch nur hier vorhanden sein soll. Zum Beispiel ein Ende String mit dem Doctor Name, der dann zum Beispiel der Name des Doctors ist, wo mein Tier in Behandlung ist. Aber dieser Name soll halt nur in SPAnimal zur Verfügung stehen und zwar nur dort. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie versuchen, auf Properties zuzugreifen, die nicht in der Header-Datei sind und Sie auf einmal einen Fehler bekommen. Das Ganze, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist vereinfacht gesagt die einfachsten Züge von Objektorientierung. Es gibt zum Beispiel in der Sprache C++ noch die Mehrfachvererbung, wo ich von mehreren Klassen gleichzeitig erben kann. Es gibt noch einige andere Dinge, die in der Objektorientierung gang und gäbe sind, die in Objective-C aber nicht existieren. Was für uns jetzt kein großer Beinbruch ist, wenn wir nämlich dieses Prinzip hier verstanden haben, werden Sie auf jeden Fall keine Probleme haben, Apps zu schreiben. Neben der Vererbung gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, Klassen zu verändern, ohne von ihnen abzuleiten. Zum Beispiel gibt es den NSString und wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass die NSString-Klasse eine neue Methode bekommt, aber ich möchte jetzt nicht von NSString-Erben jetzt meinen eigenen String machen, sprich, ich will keine Klasse spString haben, dann gibt es die sogenannten Categories. Ich kann also sozusagen mit einer Category Funktionen in eine Klasse hinzufügen, von der ich den Quellcode zum Beispiel gar nicht habe. Das können wir auch hier mal eindrucksvoll demonstrieren, indem ich hier eine neue Klasse anlege und diesmal benutze ich als Template Objective-C und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, meine Kategorie heißt Awesome Editions und diese Kategorie wirkt sich aus auf NSString. Mit einem Next lege ich dann die Datei auch an. Ich sage auch wieder, dass das in meinem Projekt gespeichert werden soll und dann sehen wir hier eine neue Datei, die sich jetzt zusammensetzt aus dem Klassennamen, den ich erweitern möchte und den Namen für meine Extension und den sehen wir dann auch in dieser Klammer. Und jetzt kann ich hier hingehen und zum Beispiel eine neue Funktion zu NSString hinzufügen. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Funktion hinfügen, die nenne ich jetzt einfach auch mal schaut, auch wenn das gar keinen Sinn macht. Aber für Demonstrationszwecke ist das absolut ausreichend. Und dann machen wir hier einen NSLog, der heißt, ich habe NSString erweitert. Wie kann ich diese Category nun nutzen? Die Category ist nun dann verfügbar, wenn ich sie zuallererst importiere in die Klasse, wo ich sie verwenden möchte. Ich sage dann Import eine String aus dem Editions und wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen String anlege, dann kann ich im Anschluss auf diesen String eine Funktion aufrufen, die schaut heißt. Und wenn wir diesen Programmcode jetzt ausführen, dann werden wir jetzt in der Konsole unten sehen, dass unser neu hinzugefügter String angezeigt wird. Also, ich habe NSString erweitert. Mit diesen mächtigen Sprachprinzipien ist es für viele Entwickler möglich, Klassen schnell und effizient zu erweitern und das ist auch gut für die Open Source Community. Es gibt zum Beispiel oft Sachen bei NSString oder auch bei anderen Klassen bei NSData, die vermissen sie, aber andere Leute haben da mit Sicherheit das gleiche Problem gehabt, haben eine Category geschrieben, zum Beispiel gab es vor iOS 7 keine Base64-Encodierung für Leute, die vielleicht aus dem Web-Bereich kommen oder schon mal mit anderen Programmiersprachen gearbeitet haben und dann wurde halt NSData erweitert mit dieser Base64-Extension und dann konnten wir jetzt schön gemütlich bis iOS 7 Base64 nutzen auf NSData, ohne dass wir ein NSData ableiten müssen und dann sowas haben wie eine Klasse SP-Data. Das sind nur ein paar Anwendungsgebiete, für die wir Categories nutzen können. Es gibt noch einige andere Einsatzgebiete für Categories, da werden wir aber auf dieser DVD leider nicht drauf eingehen können. Sie sind für die normale App-Entwicklung aber auch nicht nötig. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, was wir gerade gelernt und gesehen haben. Wir haben eine Vater- und eine Kindklasse erstellt, das war Animal und Cat. Wir haben gelernt, wie wir die Methoden überschreiben können aus der Vaterklasse und wir haben auch gelernt, was super ist und dass wir mit super die Funktionen in unserer Vaterklasse aufrufen können, die wir zum Beispiel überschrieben haben. Wir haben auch gelernt, was Categories sind bzw. Class Extensions und wir haben erfolgreich eine String erweitert mit unseren Awesome Additions.